Buchdruck ist halt nötig, damit wir das Ganze hier verkürzen können. Und dann schließen wir das Reinheitsgebot. Boah, eigentlich ist Sturm angefangen, aber ziemlich gut. Ach, wir brauchen... Wir brauchen noch ein Novizen mehr. Reinheitsgebot löst eine ganze Menge unsere Geldprobleme. Ja, weil wir dann die ganze Zeit Bier verkaufen können. Das hier wird all unsere Wohnhausprobleme lösen. Das hier wird unsere Werkzeugprobleme lösen, also muss das auch geforscht werden. Wir haben ja Schmuck. Nein, haben wir nicht, weil wir kein Werkzeug haben. Verschafft mal ein bisschen Werkzeug. Jetzt könnten wir den Part darüber schicken. Das sollten wir aber unter keinen Umständen machen. So, das wird uns die ganzen Sachen vereinfachen, vergünstigen und beschleunigen. Ah, der Fischbrunner hat sich ja ein bisschen erholt. Ihr wisst, wo ihr zu arbeiten habt, nicht wahr? Hier drüben. Ihr werdet übrigens unter Fisch gesetzt, weil ihr welches habt. Ihr auch. Könnt ihr ein bisschen was direkt verbrauchen. Wir müssen immer noch unsere Kräfte sammeln, bevor wir einen Gegenangriff durchführen können. Und wir müssen den irgendeinen Siegpunkt abnehmen. Ich weiß noch nicht welchen. Der Feldmarschall wahrscheinlich. Das ist das Einfachste, was Sie ihn abnehmen können. Oder wir können den Handel abnehmen. Drei Handelsposten müssen wir einfach noch einnehmen. Was würde ein Händler erfordern? Für so ein Zwischenlager. Der Roboter braucht aber Schmuck und Schmuck haben wir nicht. Also müssen wir das vergessen. Es gibt aber keinen weiteren Handelsposten, den wir nehmen können, ohne einen Händler zu haben. Beschafft ihr mir das Werkzeug, das wir brauchen? Also ja, wir müssen definitiv dafür sorgen, dass wir keine Werkzeuge mehr brauchen. Nachdem wir das geforscht haben, ist das unser nächstes Ziel. Wir können schon mal an der Spionage arbeiten. Damit wir hier rankommen. Das wäre ein teurerer Weg. Das wäre schneller. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Gut, gut. Okay, das minimiert einfach die Novizenzeilen, die wir brauchen. Oh, jetzt sind wir der Feldmarschall. Ausbauten. Jetzt haben wir ein Problem. Hier mangelt es an Kohle. Wie kann das überhaupt... Keine Werkzeuge. Ich verabscheue Werkzeuge. Erstmal speichern. Der stärkt sich wieder für den nächsten Angriff. Das ist kein Problem. Wisst ihr, was euer Werkzeug mich kann? Und der Wasserhals kommt. Bauen wir aus. Sicherheit ist immer sicher. Außerdem möchte ich dieses Gebiet ja auch gesichert wissen. Wir können halt nicht direkt Steine bauen. Wir müssen zuerst Holz aufstellen. So, Hasengeschwindigkeit. Bringt's ans Laufen. Wir haben den Feldmarschall abgenommen. Das ist schon mal hilfreich. Dann sind die weiter vom Sieg entfernt als zuvor. Handelsrouten. Ja, wir haben gerade keinen Weg. Technologie. Können wir gerade nicht, weil uns einen Platz fehlt. Gebäudeausbau fertiggestellt. Dönigst ihn rüber. Da. Dann brauchen wir einmal Schmuck und einmal ihm. Werkzeuge. Ein Pater. Ein Bruder. Zwei Novizen noch drauf. Ein gehobenes Wohnhaus steht, das direkt ausgebaut werden soll. Wir haben Steine ohne Ende. Das bedeutet, wir sehen uns gezwungen, unsere Route, unsere Lebensadern zu verstärken. Oder sagen wir eher, wir sehen uns befähigt. Das hört sich doch um ein vielfaches schöner an, nicht wahr? Dürfte vielleicht unser Kohleproblem lösen. Das ist schon ausgebaut, okay. Ihr seid, seid ihr die, ihr seid die Geologen. Ihr. Gebt euch einfache Verpflegung. Ja, wir schmeißen das Zeug gerade raus, was das Zeug hält. Wir brauchen Geld. Und sich in die Arbeit. Das Geld können wir dann gleich direkt gegen Kohle eintauschen. Oder gegen Eisen. Aber Eisen ist kein Problem. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie. Gegen Pferde wäre praktisch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude. So, danach werden wir nie wieder Vector gebrauchen. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich gebraucht. Danach nehmen wir die Hygiene. Und das Reinheitsgebot, damit wir an Geld kommen. So, da wir Steine bauen und Steine ohne Ende haben. Prügel raus. Hier, verstärken wir unsere gesamte... Nein. Unsere gesamte Infrastruktur innerhalb der Stadt. Ach, hier haben wir noch ein Wohnhaus. Das wir noch nicht genutzt haben. Hier hätten wir unseren Goldschmied reinprügeln können. Wir würden aber auch nur eine weitere... Wir würden eine weitere Eisenschmelze brauchen, aber wir haben keine Kohle. Wir müssen expandieren in ein Gebiet, wo Kohle gibt. Hier. Das sollte unser erstes Expansionsziel sein. Ah, ein Pater ist in seinem Besitz. Maschinenbau. Ich will nie wieder was vom Werkzeug hören müssen. Taverne. Stoppt diese Kätzerei. Handelt von mir aus Bier. In drei Münzen, um hierhin zurückzukommen. Damit würden wir Fisch kriegen. Wir haben keinen Weg für uns aktuell, nicht wahr? Wahr. Bitter. Auch wie hier aus. Was soll es? Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Oh, ich gehe hier den ganzen Platz aus. Das ist natürlich auch tragisch. Wir haben keine Möglichkeit, an den Holz zu kommen. Ist das Gegenteil von dem Holz kommt. Eine andere Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, jetzt fühlen wir uns hier doch schon mal maßgeblich sicherer. Hier müssen wir gerade noch niemanden entsenden. Schmuck. Haben wir davon jetzt was? Ja, wir haben jetzt wieder Schmuck ohne Ende. Das bedeutet, wir können uns Händler ausbilden. Aber wollen wir Händler ausbilden? Und wofür vor allen Dingen? Zwischenlager vielleicht? Darf man direkt gegen Kohlen? Unglaublich. Eine neue Technologie wurde von euren Geistern... Okay, nie wieder Werkzeuge. Jetzt bin ich glücklich. Wir können eigentlich die Werkzeugschmiede hier kurz mal einstampfen. Kann ich jetzt noch eine Radmacher da ran trübeln? Nein, stattdessen setzen wir hier noch eine Waffenschmiede hin. Um unsere Waffenprobleme zu lösen. Und hier an dieser Stelle kommt... noch ein Radmacher. Warum haben wir so viele Räder überhaupt? Kann man niemals genug Räder haben? Ist die andere Frage. Na komm, mehr Räder. Holz ist jetzt ein anderes Problem. Wir brauchen ein Gebiet, das fruchtbar genug ist, um nachzuholzen. Hier wäre es theoretisch möglich. Euer Königreich wird angegriffen. Das hat gerade eben schon nicht funktioniert. Könnte aber diesmal funktionieren. Sicherheitshalber. Nein? Kommt hier rüber. Konradin ist wütend und will uns hier einmarschieren. Dieses Gebiet könnten wir nehmen, aber wir hätten kaum einen Sinn darin. Das Gebiet ist nicht fruchtbar genug für... das Nachholzen. Okay, diesmal nehmen wir ordentlich Schaden. Diesmal könnte es blutig werden. Ah ne, die Kanonen sind weg. Gott, jetzt müsste unser Turm in der Lage sein, den Rest hier ziemlich so stark auszusehen, dass er sich nicht wehren kann. Standartenträger. Sind teuer. Jede Armee braucht einen. Wir haben Geld. Wir will Reiter haben. So kommen wir auf 15. Also will ich Pferde. Für die Knochenmühle will ich Pferde. Angriff abgeblasen. Natürlich. Brink die Musketiere darüber. Passt auf. Ihr verliert gerade einen Südpunkt. Das muss so. Ich befehle die Reparatur. Sofort. Und das Spiel ist abgestürzt. Die Anweisung verwies auf Arbeitsspeicher bei einem der Vorgang Reads konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgeführt werden. Es ist also ein Arbeitsspeicherproblem. Das ist zum einen beruhigend, weil ich mir dann sicher gehen kann, dass meine Grafikkarte nicht gefickt ist. Zum anderen ist das pure Ketzerei, die mich nicht aufhalten wird. Ich habe euch keine Ahnung, was das Spiel für ein Problem mit uns hat. So. Das hier wird natürlich jetzt nicht überspringbar sein, bis Ubisoft seinen Namen hier reingedrückt hat. Weil Ubisoft prinzipiell nichts überspringen lässt, wo Ubisoft draufsteht. Ja. Ah. Okay. Ich habe mich geirrt. Normalerweise lässt das nicht zu. Autosave. Fahr vor zwei Minuten. Dann lade mal. Durch Siegpunkte. So. Here we go again. Wo waren wir stehen geblieben? Der Angriff findet gerade noch statt. Ich wollte Pferde handeln. Der Handel läuft noch nicht. nicht. So. Wohin ist schon Blattenträger schon ausgehoben für alle Leute? Nein, ich glaube noch nicht. Gut. Nächster Handel erfordert es in der Kleidung. Das ist direkt 20 Münzen, die wir einfach die ganze Zeit in den Kopf geworfen kriegen. Die Produktion von Schmuck geht gut voran. Die Musketiere können sich wieder hierhin zurückziehen oder nach vorne bewegen, je nachdem, wie man es definieren möchte. Ich möchte jetzt zwei Pater haben. Wo ist das ganze Bier hin? Ach, wir haben... Oh. Wie gesagt, ich möchte zwei Pater haben, die wir dann in unsere Angelegenheiten hier reinsetzen können. Ich möchte jetzt repariert wissen. Oh, schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Der Siegpunkt ist zur Hölle gefahren. Weil wir den Sparfuchs selber verloren haben, aber das ist kein Problem. Da wir so aggressiv handeln, kriegen wir das alles wieder rein. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Wie ich gerade sagte. Quick Save an dieser Stelle. Wir müssen unseren Angriff auf dieses Tier zum vorbereiten. Der Gegner hat Reiter und solchen Abschaum. Ihn hier müssen wir eigentlich nur mit Kanonen ausstatten. Der hat keinen anderen Job als... Oh, nein. Ihr habt einen Siegpunkt weniger. Der hat keinen anderen Job als hier anzu... Hier, das hier zu durchbrechen und sich dann zurückzuziehen. Und dann können die anderen beiden hier einmarschieren. Wahrscheinlich hauptsächlich die Knochenmühle mit Hilfe von den Reitern und den Pekinieren. Die machen das dann. Den Musketier schicken wir natürlich mit. Sehr gut. Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Für ihn sollten wir schon mal eine Reihe Kanonen ausheben. Fünf Stück. Das ist drin. Das ist ein, was wir aktuell haben. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Das ist nicht dann, dass wir unser Geld gerade ausgeben. Wütender Erzählermann. Wie sieht die Kleidung hier aus? Wir haben dieser Zehen. Euch haben wir schon unter Verpflegung gesetzt, oder? Ja. Technologie. Unsere Pater wurden noch nicht ausgehoben. Wurden nicht. Nein. Was fehlt der Kirche noch? Die Kirche hat ihr Bier fast schon. Also Verein hat sie. Es fehlt noch der ganze Rest. Und der ganze Rest ist eigentlich ziemlich günstig. Den haben wir ja komplett. Die Knochenmühle kriegt ihre Reiterei. Der Feind hat der Kanon zur Hand. Ah. Wir greifen das nächste Mal, nachdem er hier angegriffen hat. Dann müssen wir die Gelegenheit sofort. Sobald gesetzt ist, denn wir haben hier unsere Angriffsarmee bereit. von mehr Kanonieren. Wir machen sehr viel Schaden. Vor allem Dank Ballistik dürfte alles gut gehen. Wir brauchen den Sturmangriff. Okay, einen solchen haben wir. Nächster Schritt ist aber erstmal die Hygiene. Nach Pekni und Reitern wird die Knochenmühle sich richtig drüber freuen. Die beiden haben wir übrigens erst ausgebildet, um unsere Posten so weiter zu verstärken. Nur für den Fall, der Fälle, dass der Fall eintreten sollte, dass sie nötig werden. Das bedeutet, wir brauchen noch zwei Pater, sechs Novizen. Für die Technologien, die wir brauchen. Die zwei Brüder kommen jetzt zurück. Das bedeutet, wir können die beiden Technologien erforschen. Und dafür brauchen wir halt noch die zwei Pater, die sechs Novizen. Das ist wichtig für den Sturmangriff, für den Angriff hat die Feinde. Meine, meine 40% mehr Schaden für die Kni, ihre 50% für Reiter. Danach gehen die durch alles durch, wie durch Butter. Ballistik geht nur an Befestigung. Na gut, das ist gut genug. Ihr könnt euch eigentlich schon mal hier rüber bewegen. Das ist eigentlich noch nicht. Lieber nicht. Ihr sammelt euch hier. Damit die nicht so schnell, nicht so weit reisen müssen. Aber wenn die hier drin sind, greift der Gegner uns wahrscheinlich auch nicht an. Das bedeutet, ihr zieht euch zurück. Lasst dieses Gebiet schwächer wirken, als es ist. Er wird seine Truppen hier ran verheizen. Wir marschieren hier ein. Alles wird gut. Oder wir erobern dieses Gebiet hier. Greifen von hier oben aus an bei der nächsten Gelegenheit. Vielleicht lieber nicht. Könnte was wert sein, gerade wenn wir uns schnell eingraben müssen. Kriegsführung. Also können wir unsere Armeen sehen. Logistik. Das hier wird noch ausgebildet. Keine Armee. Da brauchen wir Geld. Sobald wir alles erforscht haben, können wir den Schmuck entsprechend einsetzen, um hier zu arbeiten. Ah ja, here we go again. Wir wissen also, was zuerst erforscht werden muss. Andererseits bohrt einfach aus. Mal schauen, wie glücklich wir damit werden. Quicksale. Weil Dinge gerade sehr gut für uns vorangehen. Wir können tun, was wir wollen, aber wir gewinnen gerade die Krieg. Wir können uns wieder Schön, ,